Hallo liebe Metacheles, Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, Zuseherinnen und Zuseher. Meine Güte, jetzt haben wir auch länger, kannst du auch ein Intro nicht mehr hinbekommen. Wieder eine Spezialausgabe. Ich glaube, in dieser Staffel kann das alles Spezialausgaben, weil relativ wenige davon, naja, so eine zeitliche Priorität haben. Mal von der Geschichte rund um das 9-Euro-Ticket abgesehen, weil das wollte ich so einigermaßen nah an das Ende des 9-Euro-Tickets packen. Von daher, hört die euch einfach mal an. Ich glaube, die ist wirklich gut geworden, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ansonsten rede ich jetzt auf einmal über ein Thema, nutze dabei ein Medium und möchte euch eine Geschichte erzählen, wie toll es doch war, als es genau dieses Medium noch nicht gab und damit auch Metacheles nicht möglich gewesen wäre und ich in dieser Art und Weise, wie sich meine Karriere entwickelt hat, selbige überhaupt nicht hätte durchführen können. Wie paradox kann man eigentlich noch starten? Jo, Kindheit ohne Internet. Ja, es ist wirklich so. Und das ist so bei mir hochgekommen, wirklich in den letzten Monaten, wo ich mir dachte, du siehst jeden Tag wieder Dinge, wo du zuvor nicht gedacht hättest, dass das möglich wäre. An dieser Stelle ein Shoutout an Influencer, eine der wunderbarsten Twitter-Accounts, die man sich vorstellen kann, die wirklich mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Zeitaufwand sich durch den Schwachsinn der Influencer-Szene durchwühlen muss und da Perlen rauszieht, wo du dir denkst, so, Internet durchgespielt reicht jetzt auch erstmal. Am nächsten Tag ziehst du dir den Quatsch wieder rein. Von daher Hut ab und viele Grüße an dich und danke, dass es dich gibt. Aber ich habe mir überlegt, oder habe da auch immer mal wieder überlegt, ich meine, wir bekommen jetzt, und ich gehe jetzt hier nicht wirklich in die ultra-philosophische Abteilung, wenn ich das sage, aber wir bekommen dieses wunderbare Geschenk des Lebens und füllen es damit aus rund um die Uhr diesen Look-at-me-Schwachsinn auf Instagram, TikTok und natürlich auch auf LinkedIn. Ganz klar auch auf LinkedIn. Weil meiner Meinung nach ist 80% des Contents, der auf LinkedIn aufläuft, immer, Wow, hello! Wir sind gerade auf Event XY und ich bin so froh, Teil des besten Teams der Welt zu sein. Und nochmal vielen, vielen Dank an meinen Chef so und so und Chefin hast du nicht gesehen. Und die werden dann auch noch alle entsprechend getaggt. Dann gibt es ordentlich Hashtags da drunter, damit auch der soziale Druck entsprechend so aufgebaut werden kann, damit die es auch wirklich richtig mitbekommen. Und dann zu hoffen, dass die Viralitätsmaschine auf LinkedIn angeschmissen wird. Was übrigens auch gut auf TikTok funktioniert, ist immer wieder erstaunlich, wie schnell ganz neue Accounts auf einmal entsprechende Reichweiten bekommen, um die Leute anzutriggern und anzufixen, damit sie dabei bleiben. Merkt ihr, was? Ich rede über das Internet. Dabei wollte ich gar nicht über das Internet reden. Ich wollte ja über eine Kindheit ohne das Internet reden. Aber ich glaube, um die Vergangenheit besser einzuordnen, muss man sich auch so ein klein wenig anschauen, wie es aktuell aussieht und in was für einer Welt ich auch unterwegs bin. Nämlich das Letzte mehr oder weniger, was ich abends sehe, ist der Screen meines Smartphones und das Erste, was ich morgens früh sehe, ist der Screen meines Smartphones. Das heißt, ich bin genauso ein Treiber dieses Wahnsinns geworden wie all diejenigen, auf die ich mit dem Finger zeige. So, Schluss jetzt mit Internet. Wie läuft so eine Kindheit ohne ab? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr, wenn ich mir generell mal so die Verteilung unserer, oder meiner Zuhörerinnen und Zuhörer anschauen, welchen Altersgruppen sich das befindet, da ist ja der Großteil doch durchaus noch von der Gnade der späteren Geburt bedacht worden. So ein bisschen jünger als ich. Aber ich bin 1971 geboren worden und habe damit letztendlich in den 70er Jahren eine Kindheit komplett ohne das Internet erlebt. Eine Kindheit, die vor allen Dingen dadurch geprägt war, ich bin in Waltrop im Kreis Ragnhausen aufgewachsen, die dadurch geprägt war, dass wenn die Schule vorbei war, du dann irgendwann die Hausaufgaben gemacht hast oder nicht, weil man kann ja auch mal ein Heft vergessen am nächsten Tag, dass du dich dann auf dein Fahrrad oder Kettcar, ich hatte tatsächlich mal Kettcar, geschwungen hast und bist zu deinen Freunden gefahren. Bei mir war das Bäckerei Maiburg. Ich bin nach Maiburg gefahren, die beiden, Anne-Rose und Paul Berndt, die beiden Zwillingen, die jüngsten Kinder von denen waren in meinem Alter. Wir waren zusammen im Kindergarten und die hatten halt hinten einen großen Garten und da konnte man wirklich alles machen. Da haben wir halt lustige Baumbuden gebaut, da haben wir uns eine BMX-Strecke hingebaut, da haben wir Fußball gespielt, da gab es irgendwann mal eine Phantomias-Bude, das werde ich nie vergessen. Phantomias war ja von Donald Duck, von den Walt Disney Comics, diese, ja, Phantom-Superhelden-Geschichte. Da hatten wir ein Phantomias-Haus und da haben wir allmöglichen Quatsch gemacht. Eier schlachten, weil sie einen Hühnerstall hatten. Ich bin mal in eine Jauchegrube gefallen. Ach. Der ganze Tag war letztendlich ausgefüllt mit Spaß, mit draußen sein und ohne in irgendeiner Art und Weise in einen rechteckigen beziehungsweise mittlerweile sind die Kisten ja irgendwie im Bereich 16 zu 9, 21 zu 9, je nachdem, was für Display-Formate ihr nutzt unterwegs. Also, wenn wir jetzt mal vom Big Screen ausgehen, beim Smartphone ist der genau umgekehrt. Das ist dann irgendwie 9 zu 16 oder so. Ohne das zu benötigen. Und irgendwann so, Ende der 70er Jahre, fing an, sich was zu verändern. Weil das Atari VCS 2600 rauskam. Übrigens, das noch ein paar Jahre, nachdem mein Vater zum allerersten Mal Pong mitgebracht hat und wir auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher dann Tennis gespielt haben mit diesen zwei großen Balken, die dann so einen anderen Pixelball von rechts nach links und links nach rechts über den Screen knallten. Aber dann kam das Atari VCS 2600 raus und es kam Pac-Man raus. Das heißt, wir mussten nicht mehr in die Eisdiele, Eisdiele Venezia, das war in der Innenstadt von Waltrop und zwar hatten die da unter anderem Pac-Man, aber auch Phönix stehen. Das war auch so ein Ballerspiel, so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Aber an Phönix kann ich mich daran erinnern, weil das auch grafisch so ein bisschen aufgepumpt war und da konntest du dann an so einem Tisch, also jetzt nicht an dieser klassischen Arcade-Maschine, wo du gestanden hast, sondern du konntest auch davor sitzen. Das kostete natürlich Geld und ab und zu mussten wir uns mal Geld besorgen. Jetzt hat ein Weibos eine Bäckerei gehabt, das heißt, die haben vorne auch Kaltgetränke verkauft. Oh mein Gott, das ist ja alles verjährt, was ich jetzt sage. Das heißt, das Lehrgut stand bei denen unten im Keller, da haben wir uns unten in dem Keller das Lehrgut geholt und sind vorne wieder in der Bäckerei und haben es nochmal umgetauscht, damit wir Phönix-Song und Pac-Man-Song konnten. Hey, Kreislaufwirtschaft nennt sich das heutzutage. Oh Mann, sorry. Ich hoffe, die sind mir nicht böse, wenn die sich das jetzt anhören. Aber dann kam, wie gesagt, das Atari VCS 2006 und du konntest Pac-Man spielen und das Allerhärteste war, wenn immer du die Reset-Taste gedrückt hast und es fing wieder von vorne an, kann immer dü-dü-dü-dü. Ich werde diesen Sound niemals vergessen. Stichwort Sound. Das ist eigentlich, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, weil es gibt auch so Sounds, die kannst du, glaube ich, nur noch kennen, wenn du in den 70er und 80er, vielleicht noch so Anfang der 90er Jahre aufgewachsen bist. Hör dir das mal an. Da war tatsächlich alles dabei, von Kassette in den Videorekorder, ins Tape-Deck und so weiter rein, vom Fernseher anschalten, der noch über die terroristische Antenne seine Signale empfangen hat und du hast Rauschen gehört, das und so weiter und so fort. Und jetzt fängt auf einmal diese Gamer-Szene an, diese Video-Gamer-Szene und die brachte ganz andere Sounds mit sich. Und ich bin mir wirklich sicher, wenn ihr euch das, diese Metacheles-Ausgabe, nicht auf YouTube anschaut, ihr braucht nicht das Bewegtbild dabei. Wenn ihr in diesen Zeiten gedaddelt habt, dann erkennt ihr die meisten Sounds, die jetzt kommen. Das ist doch irre, ne? Es ist doch irre, wie Sounds aus Nullen und Einsen sich so in unsere Gedächtnisse, in unser Langzeitgedächtnis reingesetzt haben. Das ist, letztendlich ist es Kultur für uns. Ja, und diese Kultur, die hat dann einfach auch diverse Entwicklungsstufen für mich durchlaufen. Mitte der 80er Jahre stand der C64 vor der Tür, übrigens auch in dieser Staffel Sonderausgabe, 40 Jahre lang Brotkasten, werde ich über den C64 nochmal den richtigen Rundumschlag machen. Und damals noch mit einer Datasette. Und ich hatte auch noch International Superstar Soccer dabei. Das gab es mit so einem kleinen Cartridge, so einem Modul, was du hinten reingepackt hast. Und es hat einfach mein Leben dann verändert, obwohl ich ja immer noch offline war. Aber wann zur Hölle bin ich denn schon mal eine Stunde früher aufgestanden, um noch eine Runde International Superstar Soccer zu spielen? Mit dem C64 habe ich das hinbekommen. Und auf einmal entstand eine etwas andere Welt. Aber dadurch, dass sie immer noch offline war, war es auch eine Welt von Community und von Zusammenkommen. Denn an diesem Punkt hast du natürlich dann irgendwo in deiner Schule mit viel Glück sogar in deiner Klasse noch jemanden gefunden, der auch so eine Kiste hatte. Und auf einmal traf man sich dann zu Hause im Kinderzimmer bei einem von den Kolleginnen und Kollegen, damals übrigens noch zum größten Teil Kollegen, weil nicht so viele Mädelsrechner hatten, was sehr, sehr schade war. Das hat sich Gott sei Dank fundamental verändert. Und dann haben wir zusammengedaddelt. Das Allerschlimmste und generell auch für die Zubehörindustrie wohl Spannendste und Wichtigste dabei war Dick Cathern. Oder Daily Thompson Track and Field oder so gab es auch noch. Aber Dick Cathern war so ein Zehnkampfspielchen und man bewegte dabei die aus Recht wenig zusammengesetzte Pixelfigur, ein Sprite nannten sich die Dinger von A nach B beziehungsweise beschleunigte selbiges, indem man am Joystick von links nach rechts rüttelte. Und da gab es dann auch sofort verschiedenste Techniken, die sehr, sehr wichtig waren zu erlernen. Wenn du den klassischen Atari-Joystick aus dem Atari VCS 2600 hattest, hattest du nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass wenn du die Weichplastik ummantelung abnimmst und damit nur noch dieser weiße milchige Hartplastik Knüppel hervorkam, du den zwischen den Handwurzelknochen, also zwischen deinen Fingern so reinpacken konntest und dann sehr, sehr, sehr locker und schnell aus dem Handgelenk sensationelle Performance Verbesserung erreichen konntest. Andere haben zum Beispiel Quickshot 1 und Quickshot 2, das waren so klassische, das waren die ersten Pistolengriff oder Steuerknüppel Joysticks, die rausgekommen sind und die haben dann lieber die Methode zwischen Daumen und zwischen den anderen vier Fingern genutzt, um das Ding hin und her zu rütteln. Wie auch immer, das waren so die wichtigen Techniken, die man dabei hatte und dann hast du mit drei oder vier Leuten vor der Kiste und hast zusammen gedaddelt. Das Schlimme war, es gibt ja beim Zehnkampf diesen abschließenden 1500 Meter Lauf. Der wurde dort auch umgesetzt. Da muss es ja nicht die ganze Zeit Vollgas geben, aber ich glaube, für die letzten 200 Meter, das heißt 1300 Meter zuvor, drei Minuten oder so, musstest du sehr rhythmisch durchrütteln und dann hieß es auf einmal letzten 200 Meter Sprint. Dann warst du einfach so ausgepowert und es klappte auch mit der Feinmotorik irgendwann nicht mehr. Du warst dann einfach abgekrampft mit dem Abend und damals gab es die lustigsten Gesichter aller Zeiten und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ich erzählen wollte, weil es war so wichtig, dass du mit Menschen zusammengekommen bist, dass du Menschen physisch gegenüber gesessen hast, dass du mit denen zusammen was unternommen hast und übrigens saßen wir nicht die ganze Zeit nur vor dem Rechner, sondern wenn das Wetter draußen schön war in den großen Ferien, dann habe ich mich wieder auf mein BMX 2000 Rad gesetzt und bin wieder rüber zur Bäckerei Maiborch gefahren und wir haben uns überlegt, ob wir nicht einen BMX Club gründen sollen und dann haben wir uns Motocross Helme aufgesetzt und haben Fotos gemacht und sind gesprungen und haben Dreck mit ins Bild reingeschmissen und dachten das wird dadurch spektakulärer aussehen und sind einfach unglaublich kreativ geworden haben abgefahrene Sandburgen gebaut und so weiter und so fort es hat einfach Spaß gemacht diese Kombination des Zeitalter der Digitalisierung also an dieser Schwelle zwischen dem analogen und digitalen aufgewachsen zu sein erleben zu können dass das eine wie auch das andere unheimlich viel Spaß macht aber dass das eine wie auch das andere immer noch viel mehr Spaß macht wenn du das mit Menschen zusammen machst die du kennst und die du magst und die ähnliche Interessen haben mit denen du dich auch mal zoffen kannst und wo man am nächsten Tag sich in den Armen liegt wie man als Kids gemacht hat und sich in Arm nimmt und Arm über über die Straße läuft über das machst du heute in dem Alter man muss ja irgendwelche Sprüche reinziehen Gott sei Dank verbesslich er sich in eine gewisse Art und war ja auch schon wieder und das fehlt mir einfach so ein bisschen jetzt sind wir in so einer Welt unterwegs der Creators und du musst kontinuierlich jeden Tag ins Digitale hineinpusten und abliefern und die Kids werden ruhig gestellt indem sie ein iPhone und ein iPad in die Hand bekommen um dann da die über die Altersbeschränkung freigeschalteten Spiele nutzen zu können das gab es einfach überhaupt nicht wenn wir rausgegangen sind da hat nicht jemand gesagt ihr seid ja noch nicht alt genug das dürft ihr überhaupt nicht machen wenn du eine Baumbude baust dann ist es egal ob du vier Jahre oder 14 Jahre alt bist ich glaube wir müssen mehr Balance finden und vor allen Bildungssystem sich diesbezüglich darauf einstellen muss wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer die genau diese Balance predigen die aber genauso Medienkompetenzen predigen die genauso davor warnen was übermäßiger Konsum vor der Playstation vor Instagram und TikTok bedeutet die aber vielleicht genauso zeigen ey man kann auch kreativ sein indem man nicht seine Hackfresse und sein Radiogesicht da andauernd reinhält und zeigt wie cool die Wohnung eingerichtet ist oder welche bekloppte Frisur man jetzt hat verdammt das mache ich ja auch ab und zu wenn ich vom Friseur komme Empathie und Achtsamkeit und die Möglichkeit zu erfahren was es alles da draußen gibt und zu begreifen dass nicht alles im digitalen abgebildet werden muss das würde mich wirklich freuen ich möchte diese Zeit überhaupt nicht missen ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt wirklich diese Möglichkeiten gehabt zu haben da werde ich auch hier und da immer so ein bisschen wehmütig wenn ich drüber nachdenke wenn wir irgendwie in Affenkäfig am Samstag morgen uns getroffen haben und auf einem Ascheplatz rumgepölt haben und wenn du zum ersten Mal mit der kurzen Hose die Blutgrätsche gemacht hast du genau wusstest das machst du besser nicht nochmal zehn Minuten später hast du die nächste gemacht damit der andere Oberschenkel auch noch auf war Lernen durch Schmerzen funktioniert eigentlich immer so und damit will ich nicht andeuten subtil oder offensichtlich dass ich in irgendeiner Art und Weise masochistische Züge immer trage es hat unheimlich viel Spaß gemacht ich würde mir wünschen dass wenn ihr Kids habt dass ihr diesen Kids den Spaß vermittelt dass ihr ihnen aber genauso den Spaß vermittelt und die Möglichkeiten der Digitalisierung vermittelt weil das stößt uns auch wahnsinnig viele Türen auf und jetzt würde ich mich wirklich freuen wenn ihr mir mal sagt wie eure Kindheit verlaufen ist habt ihr den ganzen Tag vor der Pläse gehockt wann seid ihr zum ersten Mal ins Internet gegangen oder habt ihr draußen auch Baumboden gebaut oder habt ihr das Fund zwei oder drei Mal abgegeben schöne Grüße an die Bäckerei Mayburg an Jupp an dieser Stelle an Silvia Pauli und an Rose und danke danke für die sensationelle Zeit die ich mit euch verbringen durfte und an euch wenn euch das gefallen hat gebt mir auf den diversen Plattformen vielleicht einen Thumbs up ich würde mich unheimlich darüber freuen von euch zu hören was ihr früher so getrieben habt in diesem Sinne passt auf euch auf bleibt gesund und unter bis zum nächsten Mal tschau bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal